MEFA. Schalung einfach clever. MEFA ist seit über 50 Jahren Pionier und Impulsgeber der Schalungsbranche. Aus diesem Anspruch heraus entwickeln wir einfach anwendbare Schalungssysteme und suchen kontinuierlich nach besseren Lösungen. Die neue MEFA-Deck-Generation ist leichter und ergonomischer. Sie überzeugt mit den bewährten Systemvorteilen der MEFA-Deck sowie geringerem Gewicht, Reinigungsfreundlichkeit und optimierten Handlingseigenschaften. MEFA-Deck ist die schnellste auf dem Markt verfügbare Systemdeckenschalung mit Fallkopf. Das wird durch die aktuellen Zeitmessungen des unabhängigen Instituts für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau IZB bestätigt. Die MEFA-Deck ist vielseitig, kompatibel mit den MEFA-Traggerüsten und bietet drei Deckenschalmethoden in einem System. Die Fallkopfträger-Element-Methode, die Element-Methode und die Haupt- und Nebenträger-Methode. Die Fallkopfträger-Element, kurz FTI-Methode, besteht aus nur drei Komponenten. Den Elementen, den Hauptträgern und den Stützen mit Fallköpfen. Die MEFA-Deck bietet in einem System die flexible Antwort auf nahezu alle Deckenanforderungen, auch bei Deckenstärken weit über 30 Zentimeter. Für eine kraftschlüssige Verbindung wird der Fallkopf an die Stütze gesteckt und mit dem Sicherungsstift arretiert. Für besondere Anwendungsfälle kann der Fallkopf auch mit der Stütze verschraubt werden. Das leichtgängige Gewinde der Eumax-Stützen ermöglicht ein einfaches millimetergenaues Einstellen auf die richtige Höhe. Die Hauptträger sind in vier Längen von 80 bis 270 Zentimeter verfügbar. Sie können von unten in den Fallkopf eingehängt werden und sind durch die integrierte Sicherung gegen Abheben und Verschieben gesichert. MEFA-Deckelemente stehen in den Höhen 80 und 160 Zentimeter sowie in vier Breiten von 40 bis 160 Zentimeter zur Wahl. Sie werden einfach von unten oder von oben eingelegt und können stufenlos über die Fallköpfe hinweg in den Hauptträgern verschoben werden. Das System ist rasterunabhängig. Durch das Einhängen eines Hauptträgers in einen anderen kann die Tragrichtung flexibel gewechselt werden. Dies ermöglicht eine stufenlose Anpassung an jede Bauwerksgeometrie. Mit dem neuen Elementverbinder lassen sich die Elemente schnell miteinander fixieren. Zur effektiven Abhebesicherung so verbundener Elemente werden deutlich weniger Abspanngurte benötigt. Störstellen wie zum Beispiel Deckenstützen können problemlos per Ausgleichsträger oder Nebenträger geschalt werden. Die Ausgleichsträger werden einfach in die Grifföffnungen der Elemente oder in die Hauptträger eingelegt. So können auch Passbereiche ohne Störstellen mit einer Breite von bis zu 40 Zentimeter überdrückt werden. Dank des MEFA-Deck-Fallkopfes kann früh ausgeschalt werden. Daraus erfolgt eine optimierte Materialvorhaltung sowie schneller Baufortschritt. Mit nur wenigen Hammerschlägen senken sich die Hauptträger samt Elementen um 19 Zentimeter ab. Sie können nun leicht und einfach ausgeschalt und für die nächste Betonnage verwendet werden. Die Stützen und Fallköpfe dienen weiter als Hilfsunterstützung für die betonierte Deckel. MEFA – Schalung einfach clever реб исп meriliśmy E A